Ich muss sagen, ich war kurze Zeit ziemlich angepisst, dass wir hier sind und wieder etwas kaufen. Hallo meine Lieben, eigentlich habe ich mich gerade fertig gemacht, um mich zu schminken. Und wisst ihr was, irgendwie habe ich gar keine Lust darauf, obwohl ich es gestern so schön fand. Aber ich habe einfach zu viel Hunger, ich habe auch nichts wirklich glutenfreies da. Aber gestern beim Aldi haben wir etwas gekauft, das so aussieht. Und Patricia guckt sich mal hier an der Seite etwas sehr interessantes an und sagt glutenfreies Fladenbrot. Ich so, yes, das mache ich jetzt. Und mische alles zusammen, nehme hier steht 300 Gramm glutenfreie Universalmehlmischung und 200 Gramm glutenfreies Maismehl. Okay, mache ich 300 Gramm davon, dann 200 Gramm davon, circa. Ich habe immer noch keine Küchenworte. Und beim Kneten stelle ich fest, irgendwas stimmt da nicht. Und nein, ich habe mehr reingemacht, denn ich dachte mir, das wird ein bisschen zu wenig, ich habe ein bisschen mehr. Und ja, bis ich dann gelesen habe, dass das gar kein... Ich so, was für Zutaten sind denn da hier drin? Und ja, es steht nur Mais. Ich so, oh nein, das ist das Maismehl. Es sieht halt anders aus als dieses Maismehl. Kann man schon vielleicht auch an der Farbe erkennen. Also das ist so ein bisschen... Das ist so ganz, ganz, ganz fein und das hier nicht. Und ja, musste das Ganze strecken mit den richtigen Mehlmischungen, die glutenfrei ist. Und ja, das Endergebnis ist riesig geworden. Ich bin ein bisschen nachdenklich, weil ich, ja, überlege, wie ich das jetzt mache mit meinen Kanälen und mit den Videos, die ich vorhabe. Ja, ich bin total am überlegen, ob ich noch einen Kanal aufmachen soll. Und das werde ich heute wahrscheinlich auch tun, denn ja, ich habe richtig viel Bock drauf. Und ich glaube, da werde ich mich auch wiederfinden, was ja, so meine Denkweise angeht und ja, zu meinem Leben einfach passt und zu meinen Kindern. Weil Vloggen ist irgendwie so eine Nebensache. Ich finde nicht, dass es ein Beruf ist und mir fehlt einfach der Beruf noch dazu. Und ja, das werde ich heute eigentlich machen. Yes. Also, ich werde noch einen dritten Kanal aufmachen und meinen Hauptkanal auch wieder im Leben erwecken, denn ich war heute bei der Post. Ich zeige euch das mal. Seit vier Monaten warte ich da drauf. Das sind diese Cream-Stifte. Ich habe die schon einmal bestellt. Ich muss unbedingt mein Geld wieder verlangen oder gucken, ob das angekommen ist. Ich muss das dann nochmal bestellen. Und diesmal ist es nach ein paar Tagen gleich auch angekommen. Ich habe noch ganz viele andere Produkte vorbereitet, die ich nach und nach abdrehen möchte. So, meine Lieben, ich habe mich doch geschminkt. Ich muss dazu sagen, dass ich Schminke nicht einfach irgendwie finde, dass man sich dadurch verkleidet oder selber nicht mag, sondern im Gegenteil. Ich finde es mit Schminke einfach nur, dass man sich noch mehr mit seinem eigenen Gesicht beschäftigt und einfach nur schön. Ich habe mir die Kiste angeguckt, wo ich mein Make-up habe und dachte mir sofort, Patricia, du liebst es. Egal, was andere sagen, heißt nicht, dass du dich nicht selber irgendwie magst, wie du bist, sondern ich liebe es einfach, mich zu schminken. So, kurzes Statement. Jetzt einfach hole ich die Kinder. Auch eine perfekte Uhrzeit. Der Teig ist aufgegangen. Ja, die Kinder können beholt werden. Und das tue ich auch. Aber zuerst nehme ich die... Oh, zuerst hole ich die Sellen, weil wenn ich mit dem Jan in den Kindergarten von der Sellen reingehe, geht gar nichts mehr. Er möchte da nicht mehr raus. Und aus diesem Grund mache ich das einfach so, dass ich ihn gar nicht erst verleite, in den Kindergarten reinzugehen, sondern gleich ablenke, wenn wir dann nach Hause fahren, dass wir zu Hause Teig haben, den wir kneten werden. Yeah! Es ist ziemlich warm. Warum hast du eigentlich deine Jacke und Schal an? Du hast es mir mitgebracht? Ja, aber es ist dann ziemlich warm geworden. Heute Nacht war es kalt, heute Morgen war es kalt, heute Mittag war es kalt, heute Nachtmittag ist es... Auch für das. Wow. Was? Auch Kutselis. Okay, also die Sellen ist geholt, jetzt noch der Gianni. Ich habe die Kinder geholt und Gianni, was ist im Kindergarten passiert? Den. Es war schön und was ist aber passiert? Warum hast du so andere Klamotten? Wo sind deine normalen Klamotten hin? Da draußen in einer Tüte. Und er wurde, glaube ich, gestochen. Oder hast du da eine Aua? Komm mal her. Das sieht eigentlich aus wie eine Aua. Ja, er ist nämlich in Matsch gefallen. Komplett. Alles ist dreckig. Alles. Hast du da eine Aua oder bist du da gestochen? Gucken. Und deine Nase auch? Da, guck. Bitte, zeig mal deine Nase, Samir. Oh, Mama. Wo geht man zu der Immobilie? Da ist Anna hoch. Versuche gleich mal ein Glück und gucke, was daraus geworden ist, wenn wir es im Backofen machen. Gianni, super. Also ich habe eine Pizza, die ich ohne Belag drauf habe, aber leider ist im Backofen kaputt. Und irgendwie funktioniert das Ganze nicht so ganz. Dann mach es mal aufmachen. Nein, 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 nein. Du schon mal gar nicht, Mäuschen. Das ist zu gefährlich. Das ist sehr, sehr, sehr heiß. Ja, so. Hä? So. Ja, dann. Aber nur mit der Mama. Siehst du? Jetzt habe ich es auf 250 Grad und gucke, ob es... Céline, lass mal bitte. Das ist mir zu gefährlich mit dir da. So, eine Pizza haben wir jetzt rausgeholt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Pizza noch nicht fertig ist, aber der Gianni ist total am schreien, dass ich sie rausholen soll, weil er möchte seine Pizza essen. Und schmeckt es? Ehrlich? Heiß. Heiß? Heiß? Heiß oder Heiß? Wir sind angekommen in weiter Stadt. Ich muss sagen, ich war kurze Zeit ziemlich angepisst, dass wir hier sind und wieder etwas kaufen und dass auch noch so etwas Großes ist. Okay. Der Gianni ist schon drin, Leute. Hat die Céline geschlafen? Ganz gut. Würde ich jetzt an Babas Stelle auch sagen? Wir haben ihn wieder ausprobiert. Ja, ja, ja. Was für ein Zufall. Wahrscheinlich gerade erst eingenickt, oder? Ja. Ich kriege sie denn von mir. Feuerwehrauto. Komm, wir kaufen Toy Saras. Genau. Gianni, ein Feuerwehrauto? Feuerwehrauto ist so groß. Ja. Kauft ihr ein kleines Auto, obwohl wir haben viele kleine Autos. Ja, wir haben viele kleine Autos. Also scheinbar ist die Werbung echt. Also scheinbar sind diese Teile bei den Kindern sehr beliebt. Schaut euch das mal an. Die sind ja fast leer. So viel Zucker ist sehr ungesund. Geil. Ja. Aber wie Zucker. Wie Zucker eigentlich magst. Da ist ganz viel Zucker reingemacht, ja. Du. Ich habe den Zucker reingemacht. Wie? Salo Wankowski sieht man gar nicht. Selen? Ich bin hinter der... ... bin da. ... bin da. Ich bin da rein, ja. Okay. Meins, jetzt bin ich nur hinter das. Ja, hinter dem vergibst du? Danke. Da hat ihn der Komplatte gegeben. Nee, wir sind noch nicht zu Hause. Die Party wird nicht hier gemacht. Ah, ah. Er ist zu Hause, ja. Zu Hause macht der Sani eine Pause. Hast du noch alles gekauft? Hey, Schatz. Die Haus. Toll. Du hast ihr schlafen gekauft. Der Baba. Oh mein Gott, zählt mir vor Ort an Schlafen. Gianni, gut festhalten. Was kriegen wir? Ein Kuss von mir. So dick das. Ja, warte. Das, okay. Gianni, wie wäre... Gianni mit Schuhen zu Hause auf dem Küchenplatz. Aber deine Schuhe... Wo ist denn die Schuhe? Die Dina. Hallo. Hallo, wo sind meine Kinder? Ja, ja. Komm, was ist denn die schöne Tür? Meine Tür. Schöne Spaß. Schöne Spaß. Ja, die Kinder haben noch nicht gemacht. Oh, wir haben auch die Kinder in der Nähe. Nein, wir haben noch nicht gemacht. Nein, wir müssen alles nacheinander aufmachen. Mama, Mama. Wow. Hast du jetzt alleine? Ja. Ich dachte, es war so. Johnny ist super. Wow. Ja. Ja. Kann ich auch? Lecker. Appetit. Piep, 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 piep. Wir haben es alle lieb. Guten Appetit. Yeah. Ja. Ja. In die Hand. Kannst du? Ja. Was machen deine Schwestern? Ja, der Teig ist Gott sei Dank gut verbraucht worden. Ich habe einmal Fladenbrot gemacht, wie es eigentlich ja ursprünglich gedacht war. Und dann jetzt noch Chips. Die mache ich raus, bevor sie verbrennen. Was? 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 Ich bin schon immer... Ich war... Ich bin ein liebem Kind. Ich bin immer... Das ist eine amerikanische Laufanheit. Und dann der Kuchen aus Amerika kommt. Ich mach! Warte, ich muss mal gucken wie das ist. Kuchen aus meinem Ernst-chen descent. Was? Was ist das dann mit dir? Was ist da, was ich bin vielmehr? Ich bin Montynerisch. Vielen Dank.